Wasserball im Zoo Berlin. Knut ganz in seinem Element. Wasser ist zum Spielen da. Und im Flachen übt sich, was im Tiefen mal ein guter Schwimmer werden will. Tieffallen will auch gelernt sein. Aber kleine Eisbären sind hart im Nehmen. Sonnen drüber und alles ist wieder gut. Wie steht so eine Knopfkondition? Schwimmen kann er eigentlich von sich aus, bloß nicht lange. Was ist hier los? Tauchen klappt schon. Im Flachen. Man muss eben dazu bringen, überhaupt ins Tiefen Wasser zu gehen. Das machen die ja von sich aus nicht, weil sie erstmal unsicher sind. Hier so flach ist Wasser, das ist kein Problem. Aber Tiefen, das hat bisher noch jeder Eisbär gelernt. Nicht? Ruhig dagegen verläuft das Leben auf dem Hof des Bärenreviers. Katsumushi mit ihrer langjährigen Freundin, Kragenbärenmäuschen. Die ist mit 38 die älteste Bärin im Zoo. Früher war der Hof ihr alleiniges Revier. Doch dann kam Knut. Zum Glück ist er oft auf Arbeit in seiner Eisbären-Show vor Publikum. Danach heißt es aber wieder, den Hof teilen mit Knut. Mäuschen ist zwar schon recht betagt, aber nicht ganz ungefährlich für den kleinen Eisbären. Knut, Knut. Er guckt aber. Nein. Das ist hier schon anders. Geh mal weg von der Oma. Komm, 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 komm. Komm. Der ist mir zu wügelig. Das müsste doch aber zu machen sein. Ein friedliches Nebeneinander auf dem Mehrgenerationenhof. Die findet ihn nicht so niedlich wie alle anderen. Vielleicht weil Knut manchmal ein wenig respektlos ist. Die Pfleger passen lieber auf. Wenn der wüsste, was die ihm noch antun könnte, würde er da nicht so reingehen. Aber was weiß ich, dass er denkt, er wäre der Schärfste und der Stärkste. Weil wir ihn ja vor allem beschützen. Er macht ja keine negative Erfahrungen mit sowas. In der Natur würde ihn die Mutter schon eine wahrscheinlich verpassen, wenn er zu nahe irgendwo an den Erwachsenenmännchen oder Erwachsenenbären geht. Dann beenden wir die Sache, wenn ich ihn nicht hört, muss fühlen. War auf dir noch Nein gesagt. Ja? Freundchen. Komm mal. Los. Besonders doll nimmt Freundchen sich das nicht zu Herzen. Behutsame Annäherung. Der nächste Versuch. Das ist ja noch ein Croissant. Nee, da war ja Kindsbein. Ey, sag mal. Willst du eine Weihraube essen? Ja. Weil auch immer noch Futter liegt. Da kann man ja was klauen. Und du merkst, dass hier mal was übrig lässt. Na ja, da geht man natürlich mal gucken. Auf den Fisch müssen wir mal wegwerfen. Ja. Und am Ende gibt es keinen besseren Vermittler zwischen Jung und Alt als Thomas Dörflein. Nein, gehen wir da nicht hin. Horaus und Sinta. Die zwei von der Jugendgang mit mütterlicher Begleitung auf dem Weg zum Unterricht im Tierpark Berlin. Pflichtübungen. Horaus down. Down richtig. Horaus down. Good boy. Und trank ab richtig. Richtig trank ab. Ab, steht auf. Sinta, rande, plift. Fein, Sinta, rande, plift. Ab und down. Down. Sinta, down. Sinta, down. Wie man sieht, haben die Pfleger das Sagen. Down. Rande. So, ist fein. Sinta, rande. Nase hoch. Ab, steht auf. Vichu. Sinta, Vichu. Vichu heißt auf elefantisch. Ab, steht auf. Geh zurück. Sinta, steh auf. Vichu. Vichu. Sinta, steh auf. Ab, steht auf. Feine Sinta. Ab, steht auf. Ab, steht auf. Sinta, steh auf. Sinta, Vichu. Ab, steht auf. Riech. Ab, steht auf. Hübsch. Steh auf. Ja, ist in Ordnung. Rande, blieft. Rande, blieft. Sinta, rande. Ab und vorwärts. Sinta, vorwärts. Sinta, vorwärts. Das wohlverdiente Abendbrot wartet. Man merkt jetzt auch, je mehr man mit denen arbeitet, umso einfacher wird's dann auch. Also wenn die das erstmal lernen, dass sie was lernen, dann ist das überhaupt gar kein Thema. Sie kommen dann auch rein und wissen, dass wir mit ihnen was machen und dass das ein fester Bestandteil des Tages ist und ist für die problemlos, weil das immer mit Essen verbunden ist. Das passiert ja am Anfang auch alles in Gegenwart von der Mutter und erst später, wenn er sich auch kurzzeitig von der Mutter weglocken lässt, dann fangen wir an mit denen einzeln zu arbeiten. Aber wir ziehen die jetzt nicht irgendwie von der Mutter weg oder sowas. Sowas machen wir nicht. Hier war hier. Joma, komm. Joma, vorwärts. Rande. Jetzt muss Joma in die Schule. Richtig, Rande. Joma, Platz. Rande. Frosia, Vichu. Frosia, Vichu. Astro, Vichu. Vichu, Vichu, Astra, Seid. Astra, Vichu, Joma, Vichu. Astra, Seid, Vichu. Rang, ab, lift. Rande, lift. Astra, Rande. Keber, lift. Astra, Rande, lift. Joma, Rande, lift. Hier, lift. Joma, lift. Rande. Nee, nee, nee. Seid. Joma, seid. Keber, Rande. Joma, don. Joma, eat. Eat, scheißt. Das darfst du nicht. Aber Joma lässt sich unten gern ablenken. Joma, down. Hier vorwärts und down. Astra, Rande. Joma, down. Geht gleich los. Rande, Astra. Bei ihm ist es ein bisschen schwieriger, weil er recht groß ist und weil er natürlich immer den Schutz auch von einer großen Mutter hat, also man wird ihm nicht so leicht habhaft wie den anderen Zweien, also man muss halt immer mehr mit den großen Elefanten üben und mit dem kleinen dann so mittendrin. Das ist natürlich schwierig, weil man ja meist nur mit zwei oder drei Tierpflegern dann vor Ort ist und dann muss man das ja irgendwie dann alles koordinieren. Und wenn das gelungen ist und die Pfleger zufrieden sind, darf in aller Ruhe getafelt werden. Affenmännchen Santi wird zum Training erwartet. Schwierig nur, ihn von den anderen Bonobos zu trennen. Kleckertraining ist anspruchsvoll. Auch für die Pfleger. Heute ist Christian Austran. Ich denke mal, ziehen wir heute mal zu Santi. Ja. Und Christian? Ihr lernt von Gruben? Natürlich. Ja? Jetzt sind wir mal gespannt. Klappt gut, macht er schon eine Weile. Ja. Mal gucken, wie sie sich sperren lassen. Das ist doch gut. Kicken wir uns mal heute an. Bin gespannt, richtig gespannt. Also, sperrst du aus? Ja, das ist Christian sperren. Christian sperrt? Ich gehe jetzt erstmal in die Halle, mache den Zwischenschieber, den Elektrischieber zu und dann wird ein bisschen Glück, wenn sie gut laufen, dann wird immer ein bisschen gesperrt. Wer Training macht, muss auch sperren. Eben, genau. So, kommt, wir gehen. Die Übung für den narkosefreien Arztbesuch soll im Einzeltraining ganz ruhig über die Bühne gehen. Leichte allgemeine Aufregung. Die wissen ganz genau, dass sie jetzt gesperrt werden. Der Elektrischieber, der geht immer sehr langsam runter. Die Opala, sei nicht so frech. Opala, such wieder mal Streit. So, hat die geklappt? Hat die geklappt. Dann mach weiter. Bis jetzt. Bis jetzt, ja. Jetzt kommt der spannende Augenblick. Schwieriger kommt der erst mal. Ja. Machst du nicht hier vorne gleich auf, ne? Guckst du erstmal über? Ja. Ja. Was sagt die mit hier bei dir, Christian? Der sitzt hier am Zwischenschieber. Jetzt wollte ich erstmal die weiblichen Tiere hier nach vorne locken. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Es dauert, bis der richtige Kandidat endlich separiert ist. Komm mal her. Santi. Da braucht man nochmal sehr viel Geduld. Jetzt kommt er langsam. Und die Mädels mit? Ist Santi da? Ja. Sind sie alle bei dir mit, Mädels? Nee, sitzt unten an mir. Nee. Sind sie jetzt drüben, ja? Die anderen? Ja. Ich muss mal jetzt hier noch kurz dem Vivio eine Feige geben. Christian, wie lange hast du ihn jetzt gebraucht, um den Punkt jetzt zu erreichen, wenn wir jetzt ein Training sehen? Bei ihm. Ruben hat natürlich die schwierige Vorarbeit geleistet. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Ich habe mir das drei, vier Mal bei Ruben abgesehen und habe dann selber angefangen und das klappt jetzt schon ganz gut. Mit anderen Worten ist es für denjenigen, der zweite Mann, der dann Training beginnt, leichter, während die Schimpansen schon vortrainiert sind von Ruben. Zumindest, dass sie alles können und dann haben sie natürlich viel, viel leichter. So Christian, und jetzt bitte mal. Jetzt ist der Onkel Doktor da. Mann, wir fangen mal mit den Händen an. Ach so. Für Christian Aust ist es noch aufregend. Ja, Dieter? Nee. Für Santi reine Routine. Ist eigentlich genau. Ob das gut geht? Im Klickertraining sieht die schon sehr viel ausgeglichen auch immer. Oh, ist das eine Staubwolke. Ihr seid doch wohl verrückt. Was soll denn hier arbeiten? René Fiete bei der Schweinepflege. Na, Dickerchen, ist es warm, wa? Mehr Wasser kommt jetzt? Er ist ja schwach. Wir haben ja seit zwei Wochen durchgehende warme, trockene Temperaturen. Und das Wasser ist einfach jetzt mal auch für die Hautpflege. Und Schweine erhitzen sich ja auch sehr schnell. Und da ist dann sowas immer sehr schön, wenn sie sich abkühlen können. Ja. Wasser allein reicht nicht für hitzige Schweine. Na, ab und zu bin ich ja ganz lieb zu ihm und bürste ihn durch. Mal gucken, ob du dir heute willst. Ja, ne? Ja. Dann musst du mal weiter zu mir herkommen. Jetzt fängt er schon mit dieser Bewegung an, wie man hier sieht, ne? Diese seitliche Schuppe-Bewegung. Ja, dann mach mit. Dann machen wir bitte zusammen. Ja, ja. Bitteschön, ne? Ich weiß. Und du kriegst das alles umsonst an. Wir müssen dafür bezahlen. Ja. Also er tänzelt jetzt hier ein bisschen. Ich meine, vielleicht entscheidet er sich noch, wie. Ne? Und die Bürste ist besser. Die letzte, die Karte, die hat ihm anscheinend wehgetan. Ja. Fördert die Durchblutung, ne? Und außerdem gehen die alten Hautschuppen ab. Sieht schön aus, Dicker. Sieht echt gut aus. Wenn du mir mal deinen Hintern gibst, dann kann ich noch das alte Stroh da wegmachen. Die Hinterfront wird auf Hochglanz gebracht. Da sind die Frauen doch was sauberer als du. So. Schwein sein ist jedenfalls schön. Dicker, dreh dich mal ein bisschen rum noch. Hase. Hier sieht man, dass er sich ganz dolly schippert hat. Irgendwas gestört haben. Oder ne Sau hat ihnen ein Ding verpasst. Kann natürlich auch sein. Die Frauen sind ja manchmal auch nicht sehr sanft zu ihnen. Ne? Wenn ihr nicht wollt, dann sagt er ihm das auch ganz deutlich. War Dicker? Ja, komm mal her. Na. Na holla. Oh. Warte. Für die Alpakas. Weit kommen Katrin Spiegler und Annett Kröger damit nicht. Ey, warte. Erst mal. Gib das her, meine. Ich glaub, da kennst du niemanden. Okay. Das war ein Versuch. Oh. Guck mal, wie der sich fährt. Oh ja. Merkst du das? Du bist ja richtig... Oh. Ne, dich würde ich auf nichts mitnehmen. Oh, der macht doch ganz große Augen. Siehst du das? Du legst die Ohren schon an. Jetzt fängst du doch nicht an zu spucken, oder? Oh ja. Oh ja. Oh Mensch, lass den Arm los. Also wie gesagt, so Kindergeburtstag oder sowas. Das ist ja echt ungeeignet. Ja, wirklich. Den auf jeden Fall noch raus. Zum Glück gibt's Pringl. Die Große des Jahrgangs. Aber mag sie das Laufgeschirm für die bevorstehende Tierparade? Warte mal, das ist ein bisschen kompliziert hier alles. Ah, du schaffst das schon. So, ja, guck mal. Da gibt's was Schickes um. Können wir mal gucken. Das ist ja ein weißer Kips an der kleinen Läse. Oh ja, alter, haltet euch ruhig, ja. Sprich mit ihr. Sprich mit ihr. Oh, junge Mausi. Oh. Ja. Ah, ich lass mal jetzt so eine Schlaufe. Probier mal. Zeig mal. Oh, das passt ganz gut. Das ist super. Lass mal los. Ja, loslassen ist doof. Aber das geht doch ganz gut. Ja, lass sie nicht los. Nö. Ja, steht schön. Ist sie ruhig? Ja, das geht. Guck mal. Oh, dann nehmen wir sie. Ja, kann man irgendwann mal machen. Pretty Woman, Primmels Mutter, ist davon überhaupt nicht begeistert. Die bläht richtig die Nüstern auf. Pumpt, das ist eher jetzt zu viel hier. Komm mal her. Die Ohren legt sie auch an. Jo, jo. Hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht. Raus geht's schneller als rein. Kannst du das gehen? Ja, prima. Nimm uns essen. Im Alpaka-Kindergarten warten noch andere hoffnungsvolle Talente. Frau Priscilla. Das ist Tarnung. Ich bin ein Baum. Ich bin ein Baum. Sollen wir dir mal irgendwie helfen? Nein, brauchen wir nicht. Das machen die schon alleine. Ja, dann wollen sie alle ein Baum sein. Jaguar-Katze Chiara hat ihr zweites Junges geboren. Na, Schnecke. Wo ist die kleine Mutter? Heute macht die kleine Maus. Ob Katze oder Kater, weiß aber noch niemand. In zehn Tagen wurde er geimpft und geschippt. Ich habe mal genau etwas. Gucken wir uns genau an. Dicke, was du hast. Nee, wahr? Junge wäre völlig. Letzten Mädchen, jetzt ein Junge. Ja. Die Tizie hast du schon gehabt. Diesmal hast du gewonnen. Diesmal sind Flecken, wahr? Ja, das Fleckenkind kommt diesmal ganz nach der Mama. Dem 14 Tage alten Jaguar-Baby ist der ganze Tobel herzlich egal. Es will nur eines. Schlafen. Kleiner ist müde. Na ja, wie das bei uns ja auch so ist, ja? Aber jetzt haben wir es mal schlafen. Nicht, dass man war. Aber hier dürfen wir das ja nicht. Vielleicht eine Pause mal ein Stückchen, aber sonst machen wir es ja nicht. leckeres Futter für die afrikanischen Antiloken. Ja, Mädels, das ist gut. Ja, meine Kindertchens. Ja, meine Kindertchens. Die Kampus. Ja, ja, mausig. So, filmen wir es mal die Raufen, ne? Ja. Gibst du Luzerne rein? Ja, ich gebe Luzerne. Einmal zur Nächsten. Und dass sie ihr Revier verteidigen wollen und dass er dann uns als Feinde sieht sozusagen und uns dann angehen würde. Sehr unscheinbar, aber doch sehr launisch, wenn es darum geht. Ne, Willi? Du bist vor großen Tieren. Die größer sind als er hat er immer Angst. Ob jetzt Kudu, wo er sich lieber zurückzieht oder jetzt die Strauße, die neu dazukam, das ist nicht so seine Welt. Ne, dann schnaubt er wie ein Wadeross und dann fängt er an zu rennen. Noch schnaubt er nicht. Die Strauße sind außer Sichtweite und Willi ist der Größte. Doch das soll sich gleich ändern. So, ein bisschen auf Willi aufpassen. Ja, aber wie haben wir die Strauße bei uns? Da traut er sich ja nicht. Kommt mal her, Mädels, kommt. Na, nicht so rumfauchen hier. Nicht auf die Mütze picken, Mensch. Hier ist Futter. Na, seht ihr. Strauße sind wirklich nicht die intelligentesten. Nein, nicht auf den Kopf, Mensch. Vielleicht nicht die intelligentesten, aber respekteinflößend. Willi bleibt lieber auf Distanz. Nehmen wir einfach nur an, dass der Willi einfach Angst hat, weil die Strauße so dominant sind, so groß wirken. Wenn sie ihre Federn aufspannen, da alles, das sieht ja doch, die Fieder da ein bisschen. Und da sind sie ja doch sehr imposante Erscheinung. Also wenn man so neben den Straußen sitzt, dann guckt man erste Sekunde ja auch nochmal. Ganz schön. Und das ist ja dann doch nicht ohne. Nicht ohne. Aber wofür gibt es denn eine Streitkultur? Willi übt schon mal auf seine Weise mit Sohn Bruno. Und Willi und Bruno, sind Sie sich wieder in der Wolle? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen, ne? Aber haben sich wohl schon wieder eingekriegt. Den müssen wir langsam anmelden, Bernd. Der muss weg. Der muss weg. Der Sohn ist da langsam geschlechtsreif und macht da... Bevor es da noch einen Unfall oder so gibt, irgendwann mal... Die Anna an, genau. Das Briss-Bock-Weib da. Das ist nicht so gut. Der muss verkauft werden, der Juni. Weil die sich richtig in der Wolle kriegen und der den runterprügeln will oder so, der Willi, weil da nochmal Rang höher ist. Friedlich geht es zu bei den Humboldt-Pinguinen. Putzen. Ein wenig planschen. Und... Brotpflege. Dann... Eine unerwartete Abwechslung. Kinder einer Berliner Kita helfen beim Füttern. Das Futter für morgen... Noch in einer Riesenportion. Guck mal, was die für Augen haben. Die sind hässlich. Die sind ganz eklig. Garni, die sind doch eingefroren. Ne, hier taut ein Auge auf. Ehrlich? Ja. Und wollt ihr mal den Fisch sehen, den wir jetzt noch bütteln? Ja! 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 Da ist nämlich hier drin. In dem Eimer. Der ist jetzt schon aufgetaut. Und da sind die aber voll aus Silber. Ja, ne? Die glitzern. Wie aus Silber. Nehmen die? Ne, die sind ja schon tot. Die Humboldt-Pinguine sind skeptisch. Nur einer scheint ohne Furcht. Wollt ihr mal anfassen? Ganz vorsichtig streichen am Rücken. Wie fässt er sich an? Kuschelig weich. Kuschelig weich. Kannst du dich da? Traust du dich auch, Franzi? Ja. Halt ihn ja fest. Gut. Wollen wir ihn wegrennen lassen? Ja. Das ist der D. Schnell weg. Schnell. Aha. Der war der Schnellste. Ja. Ja. Guck mal hier. Hallo. 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 Die Veränderung im Futterritual irritiert etwas. Ein Fisch ist da reingefallen. Na? Ja. Ja. Doch am Ende siegt mal wieder der Appetit. Und wie los? Ja. 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 Ja, es ist nicht sehr willkommen. Ramallah absolut bei Tiger Junior Darius. Er will auf die Anlage. Aber wo bleibt Angelika Berkling? Nun wird es aber mal Zeit. Darius, guten Morgen. Hallo. Hallo, guck mal. Ich habe dir was mitgebracht. Ein Frühstück. Ein kleines Frühstück. Naja, du bist doch wie dein Vater da. Gucke mal. Hast du aber einen Glück, he? Darius, der ist jetzt 15 Monate. Das heißt, der kann noch ordentlich wachsen. Also, der hat jetzt noch so fast ein Jahr Zeit, bis man sagen kann, wie groß er überhaupt wird. Also ich denke mal, dass er jetzt so 120 Kilo wiegt. Was ich eben total irre finde, sind eben diese riesigen Pfoten. Wenn man hier jetzt so die Hand daneben hat, also das finde ich immer genial. Aber das ist eben beim sibirischen Tiger so ganz extrem. Ne? Und für so einen halbstarken, also der ist schon unglaublich groß. Also er ist enorm gewachsen, würde ich sagen. Dieses Pusten heißt eigentlich beim Tiger, hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut. Also das ist so im täglichen Sprachgebrauch halt einfach mit drin. Was bei anderen Großkatzen, die es auch können, aber nicht wirklich täglich so im Sprachgebrauch drin haben. Das ist eben einfach, man ist freundlich miteinander. Und das ist natürlich ein schönes Zeichen. Wenn man früh schon kustend begrüßt wird hier. Nicht? Einfach so. Oh, du denkst ja jetzt gar nicht dran, was? Nein, das machst du nicht. Sag mal, wie sieht's aus? Möchtet ihr dann auf die Anlage? Ja. Was denn sonst? Darius ist schließlich kein Stubentiger. Große Kater brauchen großen Auslauf. Seid ihr aber faul? Es ist heute nicht das Wetter zum Rumspielen, wa? Gleich auf die Schelsen gegangen. Deswegen ist es ein bisschen kühl bei der Wärme. Übrigens, Darius, ein kleiner Tipp. Wenn dir zu warm ist, dann geh ins Wasser. Das hilft auf alle Fälle, wenn du hier ein bisschen schwimmst. Danke, alles klar. Dann schlaf schön. Wo hast du dich versteckt, dein Mädel? Ich nehme an, hinten im Gebüsch, bei ihrer schönen Büschschule. Na dann komm, wecken wir sie mal. Von ihren sanften Träumen. Die Rede ist von Ameisenbären Griseline. Da ist sie. Da ist sie ja, die Kleine. Da ist die Süße. Hallo. Lass doch mal da hin. Na komm, Träumen, aufstehen. Aufstehen. Die schläft. Jetzt steht's auf. Na dann komm. Mensch, die ist ja richtig schnell heute. Ja, für ein Alter von elf Jahren. Die ist sportlicher wie viele unserer Mitarbeiter. Das stimmt. Grüße. Na dann komm mal, Mädchen. Zeig uns mal dein Gewicht. Jetzt ist wiegen an dir sagt. Komm mal raus. Wiegen ist wichtig. Griseline erwartet ein Kind. Geh mal auf die Waage. Na komm mal. Bleibst du. Bleibst du. Lass ihn mal kurz los. Ich wieg mich einfach mit ihr zusammen. Und dann können wir ja meine Gewicht nachher von ihr abziehen. Ja. Na komm mal hoch, meine Kleine. So, was haben wir denn nun? So, 134 Kilo. Ah ja. So, jetzt musst du drauf. Mal sehen. 91,5. Nee, 97,5. 97,5. Haben wir. Das sind 36. 36. 36. Also ein bisschen zugenommen. Ja, ist ja schön. In etwa sechs Wochen kommt der Nachwuchs. So, jetzt machen wir mal einen Bauchumfangtest. Hm. Guck mal aus deiner Höhle raus. Ich weiß, du bist gerne da drin. Aber du musst auch mal testen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ja, hast den Umfang auch ein bisschen zugenommen. Unten ist auch ein bisschen dicker. Hm. Ja. Hm. Meine Liebe. Griseline hatte bisher viel Pech. Dieser Kleine, ihr bisher letztes Kind, lebte nur ganze neun Tage. Ein Drama im Zoo Berlin. Die meisten von Griselines sieben Jungen davor kamen leider schon tot auf die Welt. Er nicht. Aber lebensfähig war er trotzdem nicht. Ich meine Süße. Komm, geh mal. Ja, komm. Komm, jetzt kannst du wieder in deine schöne grüne Traumhöhle gehen. Na? Super. Nun hoffen alle auf die nächste Geburt. Pluto, das Shetland-Ponybaby, ist zwei Wochen alt und interessiert an allem Neuen. Hm? Komm mal her. Trauen wir uns? Trauen wir uns? Sind wir neugierig? Oh, ganz toll. Sind wir neugierig, ja? Na? Guck mal, das ist dein Brüderchen. Na, das ist ja mal jetzt was Tolles, wa? Guck mal, das ist dein Brüderchen. Wir machen ja nix, wir tun ja nix. Ja, ja, genau. Guck mal, du bist so. Wie ist dieser? Weit weg vom Mutti? Das hast du gerne, wa? Das hast du gerne. Ja, ne? Wär dir Zähnchen? Hier, Kika, siehste. Da kommen sie schon vor. Ja. Kannst du dann ja schön abbeißen. Alle Blätter, ja, hier so, ne? Hier. Das haben sie ja. Na, 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 na. Das machen sie ja auch unter sich dann, dass sie sich gegenseitig praktisch so knipsen hier am Widerrist. Er ist ja zum Mittag auf die Welt gekommen. Also wir waren bei den Rentieren sauber machen. Und kam so um 12 Uhr von Rentieren wieder. Da stand er hier auf der Anlage. Ja, also, da kam man von oben vom Weg runter und denken, ne, was steht da mit mal auf der Anlage? Also ganz problemlos alles. Die Burt ganz normal verlaufen. Stand auch schon. Mit Schuhen beschäftigt sich Pluto genauso gern wie seine einjährige Stiefschwester Püppi. Bis er die lichte Ponyhöhe von 1,10 erreicht hat, muss er aber eher an anderen Dingen knabbern. Das ist die andere Einheit, wa? Als Nachbarn. Das Klickertraining mit Bonobos Santi ist in vollem Gange. Okay, gut Santi. Left ear. Oh shit. Ja, ist auch wichtig, damit man sieht, ob ich schmutze. Right ear. Das macht doch schön. Beide macht er schön. Chest. Und wie machst du das? Ganz toll. Ab. Super. Ein Klicker. Gut gemacht. Danach gibt's Belohnung. Santi. Back. Back. Santi. Back. Los. Left shoulder. Auf. 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 Du bist wie ein kleiner Hund, bist du, bist du ganz lieb, bist du. Schweine sind hochintelligent, man sagt immer, blödet Schwein, aber das stimmt ja nicht. Schweine werden schon für Drogensuche angewandt oder für die Trüffelsuche zum Beispiel, also man kann Schweine sehr viel beibringen. So Schnecke, und jetzt muss ich weiterarbeiten. Ja, okay, geh zu den anderen. Tschaui. Dr. Ochs auf dem Weg zu einem neuen Patienten. Bei den Parma-Kängurus gibt es schon wieder Nachwuchs. Alles halb so wild, alles halb so wild. Alles halb so wild, ja, ja, ja. Alles halb so wild. Ja, ja, ja. Sonst ist Hammer-Kängurufangen immer so ein bisschen wie Handball-Torwart-Training. Das war dann immer gut. So, machen wir draußen noch. Ja, ja, ist gut, ist gut. Ein Chip wird kommen, das Erkennungssignal der Zurgemeinde. So, machen wir erstmal den Chip und dann gucken wir nach dem Geschlecht. Und jetzt gucken wir mal nach dem Beutel, denn es ist tatsächlich so, dass nur die weiblichen Tiere Beutel haben. Die männlichen Tiere haben zwar auch einen, aber der ist super und da kann man nicht reinpassen. Aber wenn man hier drin reinguckt, da kann man dann schon die Ansätze der Zitzen sehen. Das ist eigentlich schade, weil wir bräuchten unbedingt mal wieder ein Weibchen mehr. Ja, ja. Warte mal. So viel mehr, ne? Können wir den mal andersrum halten? Das ist doch etwas. Ach ja, ist gut, alter Meckerfrütze, alter Meckerfrütze. Super lieb. Ja. Doch, das ist ein Weibchen. Wenn man hier drin reinguckt, da kann man dann schon die Ansätze der Zitzen sehen. Und die Embryonen, die werden ja mit so 30 Tagen verlassen den Mutterleib und bewegen sich eigenständig von hier unten in diesen Beutel rein und heften sich dann an die Zitze an und entwickeln sich dann da weiter. Ja, dann lassen wir sie los. Mach mal die Tür zu, bitte. Dann kann er hier um dich rumrappeln und dann lasse ich ihn raus. Das ist ja schön, dass das mal ein Weibchen ist. Ja, Gott sei Dank, ne? So. Hoppala, hoppala. Oh, guck mal. Jetzt lasse ich dich raus. Ja, ja, du willst raus, ne? Guck mal, guck mal, guck mal. Hallo. So. Und? Nee, 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 nee. Das ist jetzt falsch. Orientierungsprobleme. Komm, geh mal. Guck mal. Nicht da durch. Das sind dumme alle. Komm. Nicht doch. Da bing. Ja. Muss ich hier noch filetieren? Ja, muss ich. Der Mittagsschlaf ist beendet. Jetzt will das Jaguar-Baby spielen und verwöhnt werden. Mama Chiara macht ihre Sache sehr gut. Sie kümmert sich liebevoll. Noch ähnelt das Jaguar-Kind eher einem Stubentiger. Einmal erwachsen, wird es zur drittgrößten Raubkatze der Welt. Dafür hat er oder sie aber noch jede Menge Zeit. Die Jaguare sind nicht allein. Genau beobachten die Pfleger, wie die beiden miteinander umgehen. Und Mutter Chiara mustert ihre Umgebung auch ganz genau. Sie ist im Großen und Ganzen entspannt, aber sie ist auch innerlich wach zu schonen. Das sieht man immer an der Schwanzspitze, dass sie sich immer leicht bewegt. Und sie hat uns schon im Visier. Sie achtet schon sehr drauf. Also wenn wir uns hier ein bisschen falsch bewegen, wäre sie auch sofort da. Also jetzt, dass sie ganz relaxed und entspannt ist, ist also nicht der Fall. Jetzt sieht man schon, dass sie also immer darauf achtet, dass wir hier keine falschen Bewegungen machen, nicht am Schieber irgendwas machen. So wie sie jetzt ist eigentlich, so sollte es eigentlich sein. Dass man dann hier steht, dass sie nicht gleich ins Gitter springt. Sie beobachtet uns und das führt so. In meiner 39-jährigen Dienstzeit hier habe ich 120 Jungtiere erfolgreich aufgezogen. Vom Erdmännchen bis zum Sibirtiger. Also jede Größe. Wenn die anfangen zu gebären, ist es eben halt oft so, dass sie die in den Sand setzen. Das heißt, die kümmern sich nicht, sind darüber erschrocken, was da passiert. Und dann greift der Mensch eben ein. Beim zweiten, dritten Wurf ist das meistens schon alledig, dass sie das eben können. Wenn die so lange auf den Menschen geprägt werden, können sie selber keine Kinder aufziehen. Dann geht immer weiter diese Schraube, dass sie also zwei Junge setzen. Sex machen sie alle, egal ob Handgezogen oder nicht. Aber das Produkt können sie nicht verhandeln. Deswegen sehen wir zu, so schnell wie möglich die wieder zu ihren Attennissen zu bringen. Kiara kann zum Glück aufziehen. Sie weiß, was zu tun ist. Und Fleisch wird auch schon interessant fürs Kleinkind. Wenn ich euch angefangen wiedist. Wir Uno gut Количеба und Lebensному auch aufgeregt, Schon sehr schön hier ist. Ich weiß nicht, was wir heute auch beziehen. Wir können uns dann bei uns benutzen. Sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020